So, guten Morgen Sabrina. Du bist wieder da und ich freue mich und heute möchtest du ganz tolle Farben in Rastas geflochten haben, also tolle Canicalon Haarfarben. Das verraten wir noch nicht, das zeigen wir dann. So, Sabrina ist auch fertig. So sieht die neue Frisur von Sabrina. Schöne feurige Rastasöpfe mit sehr, sehr viele warme Töne und das gibt uns allen Wärme im Winter. Danke, dass du da warst wieder. Viel Spaß. Danke, dass du da warst.